Oh, da gibt es auch eine neue Quest. Sprecht mit Kurbelzig Vollgas auf der Landebahn Kurbelzig. Das ist auch hier in der Boreanischen Tundra. Dann gehen... Hier ist noch eine Quest, die ist ausgegraut. Hier ist dann noch eine Quest. Mücke in der Valianz-Feste möchte, dass ihr euch auf das Bernstein-Flöz im Norden begebt und ihren Rettern ihren Dank ausspricht. Machen wir doch gerne. Bei der Musik hätte ich jetzt irgendwie Lust, Monkey Island zu spielen. Sucht nach William Allerton im Innern der Mine von Fernhain. Boah, ich hätte wirklich Lust jetzt auf Monkey Island. So, was haben wir hier? Verteidigerin Yala möchte, dass ihr das Okular des Exorzisten an den drei genannten Orten in der Valianz-Feste einsetzt, um die Mitglieder des Kults der Verdammten zu enttarnen und zu töten. Ähm, das eine wäre dann wohl hier. Erstmal was kaufen. Nö, brauchen wir nix, aber verkaufen können wir was. Ähm, ja, komm. So, hallo. Nun. Greifst du bald mal an? Ja, aber wenn der weg ist, hat man ja keinen mehr in der Küche. Wer soll denn für die Leute kochen? Ist ja auch blöd. So, dann hier außen. Der war hier unten gewesen. Genau da. Äh, glaub. Nochmal. Wie geht's? Man sieht sich. Tom Hager. Die Quest, die machen wir demnächst irgendwann. Jetzt müssen wir noch in die Valianz-Feste. Und zwar... Hä? Äh, unten im Keller war das genau. Unten im Keller. Ei, der da. Ja, ja. Art hat sich schon gefallen. So. Der kann noch mal raus. Der hier kann raus. Naja. Dann eben nicht. Dann gehen wir die Quest ab. Wie viel EP brauchen wir eigentlich? 422.000. Naja, wenn man pro... Quest so circa... ähm... 15.000 Punkte gibt, wären das 20 Quests pro Level. und die... die... die ganzen Kills jetzt nicht mit eingerechnet. So, hier können wir auch nichts gebrauchen. Aber... das hier ist das teuerste. Keine Folge-Quest. Dann eben nicht. Ähm... gut. Wir haben hier eine Quest. Da, eine Quest. Da, dann würde ich sagen... wir machen erstmal hier in Fernhain. Ich höre schon wieder solche... Schallmeien. Ich höre schon wieder solche... Schallmeien. Äh... dass ihr euch... begebt... und... okay. Heißt, wir müssen jetzt in die Mine. Da, wo wir eh hin müssen. Und... einmal den einen... befreien... und herausfinden, was mit... den... äh... Leuten passiert ist. So... hier... verseuchtes Korn. Kehrt zu... Geralt Grün in Fernhain zurück. Ja. Machen wir. Aber erst würde ich hier hinten gucken. Quest beenden. Bringt den... Einberufungsbescheid zu... Larissa... in der... äh... Eieiei. Ich weiß nicht, war da hinten nicht noch was? Naja. Wir... steigen jetzt direkt auf das Flugtier. Auf die Flugwolke. Geben die eine Quest ab. Dann... Geben wir die andere Quest ab. Oder kriegen wir hier jetzt zwei Folgequests. Äh... Quest beenden. Dass ihr 14 verseuchte Aasfresser tötet. Äh... Acht Säcke Korn aus Fernhain verbrennt. Äh... Dass ihr das Buch Felder verbringen aus dem brennenden Gebäude neben der Mine bot. Gut. Ich werde jetzt erst mal... Äh... Korn. Ein Körnchen bitte. Voll seuchte Aasfresser dem Haumer. Naja. Davon ist noch einer. Willkommen verloren. So. Gut. Ähm... So. Hier... Einmal für das Korn verbrennen müssen wir die... So ein... Sack Korn stellen. Und dann die... Äh... Fackel aktivieren. So. So. Hier drin ist das Buch. Das liegt direkt hier vorne. Das hätten wir. Ähm... Bah. Also irgendwie ist hier momentan gut Betrieb. So. Hier einmal. Und... Hier einmal. Und... Und... Hier einmal. Und... Und... Hier einmal. Und... Und... Dann killen wir den da vorne mal in der Zwischenzeit. Da vorne sind auch noch welche. Komm her. Beifuß. Äh... Der hinter mir der verrückt eh gleich. Ah... 14 Stück brauchen wir davon. Alter Schwede. Ah... Da drüben sind zwei. Da ist einer. Den Pull ich. Den da. Sehr schön. Jo... Ist gut. So aggressiv mir gegenüber hier. Hallo. Ihr seid doch eh schon tot. Ihr merkt davon nichts. Na habt ihr eure Freunde gerufen? Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Schild anmachen. Arschloch. Das war mein Gegner. Sack nass. So. Jetzt den hier. Zum Glück ist sehr schneller Respawn. So. Hier nehmen wir jetzt den letzten Sack. Du Sack du. Und... Da... Da ist einer. So. Die Quest wär auch beendet. Haben wir drei Quests jetzt gemacht. Alle drei abgeben. Und... Dann müssten wir hier... Glaub ich grad fertig sein. Braucht ihr etwas? Braucht ihr etwas? Schultern brauchen wir nicht. Hm. Ist wieder nichts für uns dabei. Sauerei. Braucht ihr etwas? Äh... Armschienen. Hm. Die nehme ich mal die Armschienen. Äh... Geht zur Mine in Ferntheilen. Nehmt Hauptmann Jakobs den Weg-Roll-Sperren-Schlüssel ab und macht den Wagen mit Erz los. Weg-Roll-Sperren-Schlüssel. Alter Schwede, was ist das denn für ein Wort? Äh... Möchte, dass ihr fünf Erntesammler zerstört und dann Jeremias Werkzeug benutzt, um sie neu zu verkabeln. Machen wir zuerst... Machen wir zuerst die Mine. Wenn der andere grad hier beschäftigt ist mit den Erntesammlern. Weg-Roll-Sperren-Schlüssel. Weg-Roll-Sperren-Schlüssel. Ich frag mich, wer die Übersetzung für... Für die... Äh... Deutsche Version von World of Warcraft macht. Das... So. Benötigt Weg-Roll-Sperren-Schlüssel. Den hat der da vorne. Guten Tag. Ich bin vom Schlüsseldienst. Ich brauch mal kurz einen Schlüssel zum Nachmachen. Naja. Dann nehm ich ihn trotzdem mit. Dankeschön. So. Dann... Einmal hier... Wagen mit Erz los gemacht. Na gut, muss ich nicht begleiten. Geh ich einfach raus. So. Die Quest haben wir auch beendet. Dann... Jetzt die Erntehelfer... Neu programmieren. Da auf dem Feld waren welche. Äh... Da auf dem Feld waren auch welche. Dann nehm ich eben die hier. So. Ich muss die erst platt machen. Erst... Platt machen. Und dann drauf klicken. Und dann den... Gabelschlüssel... Hier... Ähm... Aktivieren. Kommen dann immer... Äh... So... Assfresser an. Also... Äh... Da... Die braucht ihr nicht zu bekämpfen. Die wollen nur die Erntesammler angreifen. So... Das war Nummer 3. Oh... Das ging schnell. So... Das ist Nummer... 4. Und hier den... Mal 5. Gut. Alle Quests wieder beendet. Direkt abgeben. Quest beenden. Liefert die Kiste mit Erz aus Fernheim zu Hilder Steinschmiede in der Valianz Feste. Ähm... Rücken brauchen wir auch keinen. Wir nehmen hier das. Das... Die Expedition Valianz ist euch gegenüber jetzt freundlich eingestellt. Na das ist aber nett. Dankeschön. Haben wir uns auch verdient. So... Wir geben jetzt hier das Erz ab. Ja... Viel kriegen wir nicht. Kehrt zu Geralt Grün in Fernheim zurück. Jo... Ist ja direkt hier über... Über die Mauer. Können wir auch erstmal rüber... Abgeben. Quest beenden. Geht zum Rathaus in Fernheim und lasst die Glocke läuten. Achja... Komm ich stehe von oben rein. Läutet die Glocke. Jawoll. Ups... Ach... Bin ich auf der Rückseite raus. So... Hier kommen die Leute jetzt zusammen. Und dann wird hier klar Schiff gemacht. Dann... Adel des Hals. Hals kann ich doch gar nicht gebrauchen. Und... Ich hab gedacht die würden schon gekillt werden. Hals können wir doch gar nicht gebrauchen. Mann... 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 Dann nehmen wir... Ist eigentlich egal. Dann wir es eh entzaubern. So... Hier... In Fernheim werden dann alle Quests abgeschlossen. Dann geht's zurück ins Gasthaus. Wo wir ja noch eine Quest abzugeben haben.